Schönen guten Morgen, liebe Rasenfreaks. Wir haben Herbst. Wir haben einen herrlichen Morgen. Die Sonne kommt gerade zwischen den Bäumen hier durch. Der Tau liegt auf den Gräsern. Und was machen wir heute Morgen? Bleibt dran! Wer wedelt schon die Wassertropfen von seinen Grashalmen runter? Das machen vor allen Dingen die Greenkeeper auf Golfplätzen. Und natürlich können wir Rasenfreaks das auch machen. Das ist ganz einfach. Wir brauchen ein Hightech-Gerät, um den Tau von den Gräsern runterzufegen. Genau, wir brauchen einen Besen. Das ist alles. Das ist mein Hightech-Gerät zum Tau abwählen. Ein ganz einfacher, schöner, breiter Besen, also schön breit, damit man nicht so lange hier mit dem Besen über den Rasen fegt. Und das ziehen wir jetzt hier durch. Da wo der Tau auf den Gräsern liegt, sieht das also gräulich aus und so hell. Und sobald das Wasser vom Gras runter ist, hat man so eine ganz satte, grüne Farbe von seinem Rasen. Das finde ich total faszinierend. Ja, total einfach. Das ist schon alles. Und dann kann die Sonne aufgehen. Und wenn dann die Sonne aufgeht, dann wird das Gras wieder richtig gleich schön von der Sonne gewärmt. Eine Sache, die ich auch immer wieder höre, ich weiß nicht ganz genau, ob sie richtig oder falsch ist. Vielleicht hat ja jemand mehr Erfahrung als ich. Diese kleinen Wassertropfen auf den Grashalmen sollen bei starker Sonneneinstrahlung, wir haben ja noch richtig schöne sonnige Tage jetzt im Herbst, sollen dafür sorgen, dass das Gras geschädigt wird. Dass durch diese kleine Kugel, durch diese kleine Wasserkugel, das Wasser wie so ein Brennglas wirkt und das Gras schädigt. Ja, es gibt auch einige Stimmen, die sagen, das ist Blödsinn. Also deswegen wischen wir das Wasser nicht von den Grashalmen runter, sondern vor allen Dingen, um die Feuchtigkeit in den Boden reinzukriegen und keinen Nässtau in der Oberfläche zu haben. Heute mal nur ein ganz kurzes Video zum Thema Tauabwedeln. Ja, finde ich eine ganz, ganz wichtige Sache im Herbst, dass wir aufpassen, dass nicht so viel Feuchtigkeit an der Grasoberfläche ist. und das ist wunderbar leicht mit einem Besen zu bekämpfen. Vielen Dank fürs Zuschauen, das war es schon für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 Tschüss!